Auf der Schwäbschen Eisenbahn gibt's gar viele Haltstationen, Stuhl, Geduld und Biberach, Wecken bei der Dürresbach. Wir sind gerichtet und wir freuen uns so riesig aufs Bahnhofstest. Ich freu mich auch. Und wir freuen uns auch schon drauf. Wir bringen euch zum Lachen. Wir sind auch wieder dabei. Trulla, 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 stossen mit den Gläser an uns wohl der Schwäbschen Eisenbahn.